Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Stream, einem neuen Almost Daily Talk. Wir haben bereits Almost Daily Zombie Apokalypse geschaut und diskutiert, Teil 1 und 2. Ihr findet beide auf meinem YouTube-Channel und heute haben wir uns wieder einen Klassiker rausgekramt. Almost Daily Nummer 40 mit dabei sind Budi, Etienne, Nils und Fabian Käufer. Und ich sage mal so, ich verspreche mir heute einige sehr private Einblicke in das Liebesleben meiner Kollegen. Vielleicht, wenn es gerade thematisch zur Story passt, kann man vielleicht auch eigene Anekdoten noch einbringen. Ich bin gespannt, was uns heute hier erwartet, ob wir am Ende noch dieselben Leute sind, wie jetzt hier zu Beginn. Es wird heiß, wir reden auch gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern gucken einfach mal rein. Viel Spaß mit dem heutigen Almost Daily. Los geht's. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily mit toller Besetzung heute. Ich freue mich sehr über ein spannendes Thema heute. Sex. Ja, was uns zu dem Thema so einfällt. Hast du vielleicht... Sex. Das war's. Ops, oh shit, geht? Nein, das ist okay. Danke gut, danke gut. Ähm ... Nein. Ist noch Wasser? Ja. Ich nehme auch noch einen Schluck. Ja. Sorry. Aber ... Hm? Vielleicht ... wenn ... Aber du hattest ... Ja ... Ich habe auch gedacht. Nein. Nein. Hm. Es ist ... Ja. 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 Das deckt sich auch mit meinen Eindrücken. Ja. 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 Nein? Ja. Ja, Nils. Lass dich mal ausreden, Mann. Ich find's nur lieb. Ja, gut. Hoodie. Ist gut. Aber wisst ihr noch damals? Ja, ja. War gut. Ne? Okay. Äh... Wird noch jemand Wasser? Gerne. Ja. Warte, sechs? Ich hab's auch so verstanden. Können wir das mal hier... Ähm... Okay. Dann mal von der anderen Seite. Also... Wenn... Von hinten dann quasi? Von... Also... Versteht ihr? Mhm. Ne? Im Allgemeinen jetzt? Ne... Weißt du, wie ich mein? Ne. Also man kann... Also man kann doch jetzt nicht... Also du kannst doch jetzt nicht... Wenn du jetzt da... Und dann... Dann kannst du doch nicht... Es geht doch nicht. Lass mich mal ausreden jetzt. Sorry. Ich mein nur, dass wenn... Wenn du halt... So... Und dann... So... Das ist doch... Doch. Ja? Ja. Das ist Geschmackssache, glaub ich. Also... Das... Also wenn du... Ey, warte mal kurz. Regie, wie lang haben wir denn noch? 22 Minuten. Okay. Ja. Äh... Polygamie. Ne. Okay. Wenn... Entschuldige. Ne. Jetzt... Habe ich auch vergessen. Den Zahn verloren. Hab die... Ne. Ne. Achso, ne. Nicht mal das. Hm. Hat eigentlich einer am Wochenende? Schwierig. Hm. Schwierig. Hm. Ja. So. Wenn... Ne. Auch nicht. Ne. Ja. So. Kannst du das nochmal machen? Bitte. Ja. Ja. Noch jemand Wasser? Nee, danke. Nicht so leicht. Ja, ich bitte. Ja. Ja. Aber das jetzt zum Beispiel ist so... Ne. Das ist nicht... Nein. Fabian, hast du vielleicht... Noch Taschentüche? Ja. Cool. Taschentüche? Ne. Ganz andere Richtung. Ja. 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 Ich mach das direkt. Ich nehm's. Ja. 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 Ach. Jetzt mal ehrlich. Ja. Bulli. Ja. Also das… Ja? Na? Es gibt ja jetzt auch Berichte, zum Beispiel, die… Das ist jetzt zum Beispiel aber auch… Guck mal. Na ey! Leute! Ja, aber das ist doch schon mal… Das ist doch… Das ist doch schon… Das war doch, oder nicht? Dein Blick… Fabian, du als… Du wirst… Oder… Ja… Ja… Ja? Was? Ne. Ne? Weiß ich nicht. Ach so. Doch. Ja? Was gibt's denn da zu lachen? Warum denn? Warum? Ne. Ich will nicht lachen. Weil du wolltest. Nein. Okay. Wo waren wir hier? Ja. Aber… Aber das jetzt hier ist doch… Was ist das? Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum? Aber was ist mit dir zum Beispiel? Nee, also... Wie denn? Nein! Nicht zuhört, Entschuldigung. Welches war denn jetzt meins? Ich habe das hier... Okay, cool. Hm? Nee. Sicher? Nee, nee, nee. Warte, doch. Nee. Kurz. Aber nicht. Nee. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, denn, ehrlich gesagt, dachte ich, dass das Thema... Wie war das Thema? Achso. Vielleicht müssen wir eine andere... Ich mach mal einen kurzen Vorschlag. Vielleicht müssen wir das Thema... Nein. Nein. Nee? Nein. Bumsen? Nattern. Vielleicht bringt es was, wenn wir uns mal anders... Hinsetzen? Ja. So, nehmen wir... Nee. Das ist schön. Hast du was? Nee. Nee. Hat er? Nee. Nee. Ja. Hat die Regie? Hm? Hat die Regie vielleicht? Nee. Das ist lustig. Nee. Auch nicht. Kennt ihr überhaupt? Nee. Das ist kompliziert. Nee. Ich hab auch schon, aber... Nee. Hast du doch jetzt? Nee, ich hab schon überlegt, aber... Du hast so überlegt, ja. Das ist aber... Nein? Ich dachte, das ist du, aber... So? Am Urlaub, oder? Nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Jetzt hab ich wirklich gedacht, aber... Der Bulli... Aber... Nee. Ach. Mein Internet. Ach so. Ja, aber... Also... Ja, mach mal. Also, gib mal, weißt du? Nee. Guck mal hier, das ist ganz dreckig jetzt. Aber das ist doch jetzt... Nein. Bisschen feucht alles. Nee. Nee. Das war ein Ansatz. Hm? Nein. Das ist ein Ansatz. Was? Schade. Schade. Warte, ganz kurz. Nee. Warte, ganz kurz. Wollte ich nicht unterbrechen, aber es... Warte, ganz kurz. Okay. Kann ich zuerst, oder? Gleich. Wie immer heißt es... Moment. Ich würd... Warte, nicht alle. Jetzt warte noch mal kurz. Bulli. Ähm... Pst. Ja, ich würd... Ja, dann mach. Ähm... Ja, also... Was... Lass mich doch mal ausreden. Man kommt überhaupt nicht zu Wort. Das ist... Also, was... Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Nee, jetzt... Kommt doch mal runter. Ja. Das nervt mich jetzt hier. Hä? Verstehst du runter? Also... Nein. Na gut. Oder? Nein, das macht keinen. Das ist... Och. Das... Aber wenn man jetzt mal... Also, wenn man... Aber wenn man jetzt mal... Von... Ja, aber von... Wie? Ja, aber du... Nein! Das hatten... Das ist leider nicht direkt so aggressiv. Ja, aber... Ja, okay. Sag. Jetzt habe ich vergessen, dass es der andere hat. Toll. Aber es muss doch im Grunde, wenn du... Danke, Bumi. Du musst doch... Das ist mir hier auch irgendwie... Zu destruktiv grad. Den... Er grad... Und... Das ist doch keine Gesprächskultur. Man muss sich doch auch mal ausreden lassen. Apropos destruktiv. Aber da gibt's doch jetzt... Nein! Destro. Nee. 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 Will noch jemand Wasser? Nein. Ach du, wie hast du einen Schluck? Ja. Okay. Du jetzt nicht, ne? Nein. Okay. Sonst noch jemand? Äh, ich bitte. Okay. Ich will. Danke. Ja. 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 Ja, ja. Toch. Ja? Ja, ja. Das war. Huh? Ja, das war. Huh? Nee, nee. Nein, nein. Wart ihr eigentlich mal... Hä? Im Urlaub jetzt, oder? Nee, generell. Einfach mal... Sag ich mal... Nee. Irgendwann, irgendwo. Mal... Internet eingeschlossen, oder? Nee. Nee. Einfach... Ich meine jetzt zum... Zum Thema. Hm? Das würde ich auch gern jetzt... Internet? Nee. Nee. Das, also... Nee, bin ich... Äh, nee. Nee? Ja, also... Du? Ja... Nee, also das... Aber überleg schon mal. Ja, nee, es war auch nur so... Ach, ist auch egal. Ist auch egal. Das ist doch alles... So... Wie ist das denn? Ach, das... Nee, doch nicht. Guck mal in die Comments. Ja? Nee... Nee! Ja? Nee... Ja? Hast du es? Achso, nee, nee, doch nicht. Ey, konzentrier dich jetzt mal hier, sonst ist das auch irgendwie ein bisschen... Entschuldigung. Die finde ich kacke. Willst du noch Wasser? Gerne. Ich erinnere mich, einmal... Ich wollte auch gerade was sagen, Entschuldigung. Ja, okay. Ich weiß, dass das ist... Also da war ich ja nicht so... Und dann habe ich irgendwie gesagt... Und dann ist aber am Ende so... Warte mal ganz kurz, der Fabian will kurz gehen. Naja... Ich kenne die Geschichte. Ah, okay, sorry. Ich habe schon mal erzählt. Aber die Person... Ach, die Geschichte? Nein. Die passt nicht. Nein. 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 Was denn? Ah, das... Nee, aber gähnen. Ist das nicht... Nein. Völlig am Thema vorbei. Nein. Nein. Quatsch. Im Urlaub in Italien... Entschuldigung. Willst du noch Wasser, Fabian? Nein, jetzt nicht mehr. Kann ich noch was haben, bitte? Ich habe auch mein eigenes Getränk hier stehen, ehrlich gesagt. Zack, stopp. Starten. Äh, bitte. Nein, 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 nein. Da. Hm? Jetzt lenkst du aber auch ab. Gerade hatte ich kurz eine Idee. Guck mal. Das ist doch... Nein. Ach, Budi. Wie alt bist du? Zwölf? 30. Asymmetrisch aber auch. Ist auch das. Aber... Das wäre doch schon mal was. Immerhin. So. Entstört mich das. So hat Budi einen Punkt. Was ist das? Könnt ihr euch mal kurz konzentrieren? Wir sind da. Da können wir doch nicht mein Glas wegnehmen. Ey. Das ist doch unhofflich. Das ist doch gar nicht deins. Das ist doch gar nicht deins. Okay, ich formuliere es nochmal anders. Ja. Fabian. Ja. Du hast doch... Damals... Oder nicht? Ja, natürlich. Mal überlegt. So, weißt du, wie es ist. Und dann... Ey, wisst ihr, es gibt diesen Fakt, wenn Leute an so Flaschen rumzinobern, dann haben sie wohl irgendwas mit Sex. Ist das ein Fakt? Ja, ja. Aber das ist dann... Ach nee. Das ist dann ja eigentlich kein Fakt. Ja, okay. Ey, Leute. Ist ja ganz ehrlich, dann... Weiß ich nicht. Ich finde... Also wir haben ja eigentlich auch alles gesagt, glaube ich. Also... Wir haben jetzt eigentlich so von jeder Seite... Nee. Und... Ja, also ich wüsste nicht, was man da jetzt noch... Ja, ist okay. Dann... Würde ich sagen... Vielleicht dann einmal noch... Vielleicht... Oder... Letzte Chance? Rudi? Jetzt bist... Nee. Sicher jetzt? Ja, dann eben... Nils... Ich bin noch lange nicht zum... Jetzt ist Nils dran. Entschuldigung. Nils? Ja, also... Einen Punkt, der mich da jetzt... Nee, komm, dann lass. Fabian auch nicht. Gut. Scheiß drauf. Dann sag ich mal, das war's mit Almost Daily zum Thema Sex für heute. Nächste Woche... Ähm... Drogen. Also bis dann. Macht's gut. Ja, ich würde sagen... Ähm... Das müssen wir jetzt erstmal veratmen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was euch am meisten schockiert hat... Habt... Hat... Was... Ihr überhaupt nicht erwartet habt, dass es von... Den kommt. Ähm... Schreibt's gern in die Kommentare mal rein. Ich freu mich, das zu lesen. Ich bin sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Welche nächste Reaction wir uns aussuchen. Das war's. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt... Und das war's. Vielen Dank.